Musik So kriegst du das dann eh nicht mehr hin. Und in den hinstellen dann wird drauf geschwadert hinten. Das machst du? Nee. Doch? Nee, ich bei ja gleich. Normalerweise haut man hinten auf den Pibus drauf. Ach so? Das machst du aber wirklich? Du? Nee. So, der Druck ist erstmal abgebäut. Buh! Puh! Alter Schwede! Ich hab jetzt sonst was erwartet. Erstmal bin ich nass. Wie funktioniert das jetzt? Jetzt ziehst du das rum. Ja genau. Aber essen kann ich das gar nicht. Der wird da immer voller als du denkst. Echt? Ja. Hochfall. Und diese Brüche macht alles durchfallen. Puh! Das ist einfach nur kräftig. Nee, ja. Ganz schön. Kräftig. Das hast du aber schön gemacht. Alter. Schade, dass es das Film nicht mit Geruch gibt. Okay, reicht. Brauchst ja nicht. Was? Das ganze fühlst du? Ja, ja. Ach süß. Boah! Nee, halt nicht. Was? Waaah! Hahaha! 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 Sieht aber relativ roh aus. So wie Sushi halt. Ah! Na, äh! Magst du doch? Hahaha! Soll ich dir sonst was schießen? Hahaha! Hör doch auf! Hahaha! 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 Also, Respekt, wenn du das jetzt isst. Aber wenn du nur an den Fisch riechst, würdest du riechen? Ja, ich will riechen. Aber weit weg von der Dose will ich das riechen. Aber nicht tropfen. Ich will aufs Handy noch. Ja, das riecht halt nach so einem alten Fisch im Wasser. Die Hand nicht drunter. Nein, zu spät. Ich will das in Sachen malen. So Chloro-Hunterspülen, Alter. Du putzt dreimal Zähne, ja? Ist das mit Knochen, also mit Kräten? Ja, das kannst du alles essen. Das kannst du alles essen, ist alles so aufgeweicht. Das ist hier unten halt ganz schön hart. In der Mitte ist irgendwie nüch. Was hier oben ist, sind die ausgenommen wenigstens? Das wäre nicht schlecht. Naja, wie gesagt, das... Ich weiß nicht, das sieht komisch aus hier drin. Was ist denn das, Alex? Na, ist doch oben was von dem normalen Fleisch, nur so. Sieht aus wie so eine Zunge von irgendeinem Tier. Ne. Ist was von dem roten, oder? Das ist gute Filet. Ach so. Er schiebt sich den Unterberg in die Nackenlöchel. Hör auf zu gucken. Was? Ich will mal kosten. Na los, Mama. Ich würde das super. Jetzt willst du mal kosten. Aber ihr auch? Nee. Nee. Also ich bin raus. Oh, was ist denn nicht, oder? Oh. Geil, ne? Du bist einfach nur salzig. Ich koste auch. Geil, ne? Willst du mal kosten? Geil, ne? Ich habe wieder kosten, ja. Schmeckt einfach nur salzig. Er hat schon gekostet. Ja, beiß mal in das Filet. Ja, der liegt aber echt die vier Wochen. Er wird schon in der Wanderstand. Deswegen wollten wir erwarten, dass ihr fertig gegessen habt. Was ist denn noch, Junge, ist du mal, oder was? Ob du mal willst? Nee. Ja, für mich neu. Das sieht einfach schlimmer aus. Ja, dann beiß doch mal zu. Komm, ist eigentlich gleich die Saug. Was ist denn das? Ja. Vielleicht solltest du was von dem Roten da essen. Ja, warte. Ja, das ist ja auch nicht so irgendwie. Eine komische Konsistenz. Isst mal was von dem anderen. Das war bestimmt der Bauchspick. Ich weiß mal so richtig rein. Ach, das ist. Das sind die Eier. Das ist. Du magst auch Kaviar. Ja, aber nicht jetzt. Ja. Ich bin leider noch so satt vom Essen. Das ist ein bisschen Sorgenwolle, ey. Oh, nee, das geht doch nicht, oder? Oh, er muss vergraben. Also ich glaube, das rote ist das Fleisch. Kost das mal. Meinst du? Hm. Das ist einfach nur übelst salzig. Aber schmeckt das so, wie es riecht? Hm. Hm, absolut nicht. Ja, dann. Tischig. Du kannst aber kosten. Nee. Dann sehe ich da ja noch frei. Besser nicht. Das ist einfach nur salzig. Nimm dir doch mal einen anderen. Vielleicht sind die anderen. Das sind die Geschwissigkeiten in der Reihe. Aber ehe wir den morgen im Auto mit... Achso, ich weiß nicht. Mit so einem Wegschmeißer sind wir zu schade eigentlich. Das ist aber... Mit einer Aufpackung Milch dazu. Das ist aber...